Lernen Sie eine App kennen, mit der Sie Ihre Heiz- und Kühlgeräte sowie die Lüftungstechnik und Solarthermie jederzeit und von überall aus steuern können. Sie finden alle verbundenen Wärmeerzeuger, Klimageräte und Lüftung in einer praktischen Übersicht. Über das Zeitschaltprogramm lassen sich die Temperaturen für jede Tageszeit regeln. Auch wenn die Sonne mal nicht scheint, müssen Sie nicht auf warmes Wasser verzichten, denn dafür gibt es die Funktion Extra-Warmwasser. Regeln Sie von unterwegs aus die Temperatur für Ihren Wärmeerzeuger. Bevor Sie losfahren, laden Sie Ihr E-Auto auf. Falls Sie länger unterwegs sind, hilft der praktische Urlaubsmodus Energie und Kosten zu sparen. Klimaanlage und kontrollierte Wohnungslüftung können Sie mit der App MyBuderos regeln. Und sogar die Ventilatorstärke einstellen! Behalten Sie mit der App MyBuderos jederzeit Ihre Energiedaten im Blick. Bei Störungen oder Fehlern erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung. Zusätzlich wird Ihr Heizungsfachbetrieb über das Webportal Buderos Connect Pro informiert. Bringen Sie mehr Wohlfühlklima in Ihr Zuhause mit der App MyBuderos. Um loszulegen, einfach die App herunterladen und den QR-Code Ihrer Geräte scannen. Halten Sie anschließend Ihre Single-Key-ID bereit, um sich anzumelden. Befolgen Sie dann alle weiteren Schritte! BUDEROS – Heizsysteme mit Zukunft BUDEROS – Heizsysteme mit Zukunft BUDEROS – Heizsysteme mit Zukunft Vielen Dank.